Hallo und willkommen zu Oriente Blind Forest, mein Solo Let's Play über Weihnachten. Ich freue mich schon unglaublich, ich wollte dieses Spiel schon Ewigkeiten spielen. Das ist von Moon Studios aus Österreich, das ist eine unabhängige Entwickler-Truppe gewesen. Die Definite Edition, die ich spiele, ist 2016 am 11. März erschienen. Und ich würde sagen, fangen einfach mal an. Oh Mann, ja. Okay, oh... ...und natürlich wir in Sturmen twins. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung. BR 2018 Beide Mist. Oh, ich kann noch springen. Oh, da ist er. Das ist eine Auge, meine Lichten, dann. Sacken. Ihr eigenes Kind. Die Musik ist unglaublich schön. Ich gehört, da ist auch alles handgezeichnet. Jetzt bewegen wir uns mal. Das ist also Ori. Schauen wir mal, wo unser Freundin ist. Ah, da. Oh. Oh, Essen. Aufgehandelt. Oh, wir können zusammen gehen. Hoppa. Hoppa. Ah, wie viele. Ich kann Essen da. Ich fahne einen Brück. Ganz viel Lasschen. Oh, ich darf es sehen. Und dieser Schicksal hat Nacht. Auch durch den Himmel entflammt. Ich rief nach vorne. Oh, es feuchtet sich. Wir haben unser Lager gefüllt. Unser Lager ist leer. Was ist passiert? Doch Hoffnung, die gab es nicht. Wir brauchen Essen. Warum ist hier alles verwelkt? Da ist was zu essen. Warum nicht? Alles ist verwelkt. Der Baum im Hintergrund ist kaputt. Alles sieht so zerstört aus. Ich erinnere mich an die Zeit. Alles ist leer. Oh, da ist noch etwas. Der Niedergang und ohne Licht. Die letzte. Der Wald, wie blind und traurig war. Und jetzt lacht. Nora will nichts. Wir müssen uns Essen besorgen. Wir müssen uns Essen besorgen. Wir müssen uns Essen besorgen. Nahrung? Nahrung? Geist von Nahrung? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Was ist das für wie? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, mir läuft es echt kalt hin, oder? Ist Mario tot? Ich glaub schon. Nun wieder eine Reise ganz allein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wie traurig. Versuche nach meinem Licht. Sieht noch sehr schwach aus. Schwach und voller Leiden. Komm schon. Ja. Als Schreie die Stille zerrissen. Diese Donnen sehen gefährlich aus. Und jede Hoffnung Namen. Das ist die Kraft meines Kindes, wich. Oh nein. Oh nein. Kommt der letzte Atemzug, getan war. Also sterben wir auch. Jetzt nix deine Blumen. Viele Blumen. Halt dich so ein bisschen. Belebte mein Lichtohre wieder und ein neues Zeitalter begann. Amen. Amen. Amen.